Aus dem Studio 4 des hessischen Rundfunks überträgt nun das deutsche Fernsehen die öffentliche Ziehung der Gewinnzahlen im deutschen Lottoblog für die erste Ausspielung. Der Aufsichtsbeamte hat sich vor dieser Sendung von dem ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgerätes und den 49 Kugeln überzeugt. 21 34 27 10 40 37 32 Die Zusatzzahl lautet 32 Hier noch einmal das Ergebnis 10, 21, 27, 34, 37, 40, Zusatzzahl 32. Und nun die Gewinnzahl der Landeslotterien-Spiel 77. Sie lautet 0206785. Ich wiederhole 0206785. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren, am nächsten Samstag.